Waffenober, man sieht's jetzt gut. Hallo? Ja? Hallo, Horst. Was, hallo, ha? Ted? Wer ist denn dran? Wie geht's dir? Ist alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Ich fühle mich geehrt und tief bewegt. Moment, ich weiß immer noch nicht, wer dran ist. Ain't no sunshine when she's gone. Bitte? Ain't no sunshine when she's gone. Nein. Wissen Sie, das ist ein muy, muy wichtiger Anruf. Ja, ja, aber wer ist denn dran? Ted? Der Ted. Richtig. Ich kenn keinen Ted. Es gibt ein kleines Problem. Ja? Ich hab die Waffe gefunden. Ach, der Stipps ist dran. Du weißt es doch. Jetzt auch. Richtig. Und? Ich hab die Waffe gefunden. Welche Waffe? Kannst du mir folgen? Ja, ich brauch hier so schon ein bisschen eine Erklärung. Was redest du da? Bitte? Ich hab die Waffe gefunden. Ja, gut. Welche Waffe ist gefunden worden? Was redest du da? Ja, was heißt, sie haben doch gesagt, sie haben eine Waffe gefunden. Na? Du weißt es doch. Ja, welche? Ain't no sunshine when she's gone. Äh, ich versteh gar nichts. Ich versteh bloß Bahnhof. Der kleine Scheißer liegt im Wagen. Hier und jetzt. Bitte? Von mir aus kann er nackt in der Garage sitzen, Kerosin trinken und Feuer machen. Das interessiert mich nicht. Hallo? Na, was hallo? Der kann mich mal. Mit wem? Ain't no sunshine when she's gone. Also, ich versteh immer nur Bahnhof. Was denn jetzt? Ich glaub, sie haben sich verwählt. Sag mir einen Grund. Na, also ich glaub, sie haben sich verwählt. Und das sagst du mir erst jetzt? Na, steig mal mal nicht rauf. Ja, ich glaub, sie haben nicht rauf. Ja, ich glaub, sie haben nicht rauf. Ja, ich glaub, sie haben nicht rauf.